Willkommen zurück zum JKS Group TV-Channel. Heute möchte ich euch darüber sprechen, was wir mit Augmented Reality gemacht haben. Hey, hey, Laurent, wir haben doch gesagt, wir machen einen... Lass mich nur noch das. Nein, wir haben gesagt, wir machen einen Weihnachtsfilm, ein Weihnachtsvideo. Schau mal, Kirsten, die sind ja schon angemacht. Stimmt, stimmt. Lecker, schon geiler Puglia. Ja, und du? Ich hole auch einen. Das ist super. Jetzt gilt es nur noch zu Danke sagen. Danke sagen allen Kunden für das Vertrauen für die interessanten Projekte und die Zusammenarbeit, die wir haben dürfen haben. Alle Mitarbeiter, die sie so durchgezogen haben, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und allen Partnern für die exerente Zusammenarbeit. Danke vielmal. Und was wir euch jetzt wünschen, ist von Herzen wunderschöne Weihnachtstag. Der Geist von der Weihnacht, dass wir dort erleben dürfen. Dass Frieden da sein darf, dass Liebe untereinander da sein darf. Und das wünschen wir euch allen von ganzem Herzen. Dass das wachsen darf zueinander. Hey, jetzt hast du den Pullover an. Wahnsinn, oder? Ja, super. Sagen wir fast gleich aus. Ja, genau. Dass das so gut auf den Punkt gebracht kommt. Wir gehen jetzt noch auf WCN in unserer Produktion. Und zeigen, dass wir euch auch noch. Das finde ich eine ganz gute Idee. Und wir kommen damit. Gehen wir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und ihr? Wie seht ihr denn aus? Ja, wir arbeiten. Ja, wir arbeiten. Na ja, sollen wir etwas machen? Manu, hast du noch etwas? Super. Perfekt. Danke. Danke vielmals. Danke vielmals. Ein wenig Weihnachteriger. Ein wenig Stimmig machen hier. So sieht es doch gut aus. Im Namen der JKS Production danken wir allen Neumann- und Mapperx-Kunden für die Unterstützung dieses Jahr. Es war ein Jahr voller Hindernisse mit Höchst und Tiefst und trotzdem haben wir es gemeinsam geschafft. Danke vielmals. Das letzte Jahr war unsicherheit und Angst und wir wünschen allen unseren Kunden, dass wir gemeinsam das nächste Jahr in Angriff nehmen dürfen mit Zuversicht und Mut. Dass wir alle unsere Projekte gemeinsam perfekt meistern können. Dass wir wirklich ein super Jahr werden. Alles Gute. Super. Danke vielmals euch. Haben wir jetzt in Gallo? Einen haben wir noch. Das Nenik haben wir einen vergessen. Nein. Komm, dann nehmen wir ihn vom Heimweg. Dann nehmen wir ihn auf dem Heimweg. Und wir wünschen jetzt doch noch, machen wir noch den Abschluss, oder? Machen wir ja auch. Also gut. Okay. Merry Christmas and a Happy New Year! Und mich haben Sie hier vergessen? Ich bin noch fleissig am Arbeiten. Aber auch ich wünsche euch allen frohe Festzeige und einen guten Start ins neue Jahr. Herzliche Grüße von Nenikon, eurer Viro21. Merry Christmas and a Happy New Year! Realty and PTC this year. Und jetzt bin ich froh. Entschuldigung. Ja. Ja. Also. Ähm. Wir möchten, ähm. Alle zusammen. Ah, das war schlecht. Haha. Von der JQS Production. Äh. Und. Scheisse. Mädchen. Haha. ствен. H 浮s Krause. Das ist auch gelade im夏EO. buildingen im Netz. Vielen Dank.